Andreas, magst du nach vorne kommen? Andreas, drei sind schon gegangen. Und auch wir beide hatten noch nicht eine Gelegenheit, miteinander zu reden. So wirklich. Und ja, das tut mir natürlich sehr, sehr, sehr leid für dich, dass du ein bisschen hinterherhängst. Aber vielleicht sollten wir das ändern. Was machst du morgen früh? Sport? Ich habe nichts vor. Ich würde mal sagen, wenn du das verkraftest, dein Sport sein zu lassen, würde ich dir vorschlagen, ob wir beide nicht einfach mal auf ein Einzeldate gehen. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ich freue mich unheimlich von ganzem Herzen einfach auf dieses Einzeldate, dass er mir die Chance gibt, einfach mich kennenzulernen, dass ich etwas von ihm vielleicht einfach kennenlernen kann und das sogar in der Form von wirklich unter vier Augen. Ich freue mich. Ich freue mich.